Oh, nun kletter doch mal diese scheiß Leiter schneller rauf. Mach's einem wahnsinnig. Na, endlich so. Ja, hier ist noch alles beim alten, passt. So, dann brauchen wir einen ganzen Stack Redstone. Wo ist eigentlich unser Redstone? Das müsste doch irgendwo sich hier verstecken. Hallo? Redstone? Boah, ernsthaft? Wir haben nicht... Das Redstone reicht nicht mal für die Pistons. Ach, komm schon. Das ist jetzt echt uncool. Soviel zu dem Thema. Wir machen gerne das Jusen-Tun-Mehl. Oh, super. Jetzt muss ich echt Redstone holen gehen. Ich mag aber nicht. Oh, Mann. Ich mag aber nicht. Wozu haben wir unseren Flint aufgehoben? Hier. Ah, okay. Sechs Diamanten. Da fehlen auch noch drei. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, dann packe ich mal die ganzen Krempen hier wieder ein. Wo ist denn? Ach, klar. Echt schlimm, was ich bei den Kisten nicht mehr rauskenn. So, das war die Tüste. Es wird wirklich Zeit für das verdammte Sortiersystem. Man kann hier auch wegpacken. Den Redstone, der meileweise wenig ist, muss ich auch wegpacken. Und das Erz schiebe ich hier mal durch. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, müsste das Ferros Erz jetzt gleich wieder nach oben zurückkommen. Da ist kein maserierbares Erz momentan. Oder zumindest nicht in den Industrial Craft Maseratoren, sondern nur in diesen... Oh, soll man hier Expansion Crusher Gedöns. Ja, hat funktioniert. Fein, 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 fein. Dann stecke ich die Wasserhäume wieder weg und... Wo kommt das Zinn da rein? Hier kommt der Komponstone da rein. Hä? Okay, das war so nicht geplant. Nichtsdestotrotz, es tut mir wirklich leid, aber ich brauche für 16 Pistens nun mal 16 Redstone und kein Stack Redstone. Herrgott, nochmal was. Wo bin ich mit meinem Kopf? Wir haben noch genügend Redstone. Ah, jaja, 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 wieso komme ich jetzt ab? Ja. Jegliches Kommentar dazu sollte man verschweigen. Das ist mir blöd, dass auf einen Haufen gibt es nur hier. Das ist... gräßlich du bist so bescheuert so dann bauen wir doch gleich mal die ganzen Slack-Pistons haben wir schon den Pistons planen? doch da oben in der Piste müssten nur noch freie Pläne liegen ja schön schön ähm, Redstone Holz müsste ja auch irgendwo wenigen rumflatten zack, zack, zack Eisen, oh Gott, Eisen aaaaaaah, klar irgendwas musste mir einen Strich durch die Rechnung machen äh, warte mal, schnell ins Bettchen gehen guck mir doch mal, wie viel Eisen in der Erzverarbeitung liegt na, vielleicht liegt da noch ein bisschen was rum oh, klar, jetzt pisst's leck mich doch gar keins aaaaaah das reicht bestimmt nicht mal von dem Block aus jetzt gerade außer wir klauen das hier schnell raus aber dann sind es auch noch neun, ah, verdammt ja, dann kratzen wir halt schnell Eisen aus den Wänden ich hab ja schon einser spät drecks Federmaus verschwinde los kusch, kusch da oben da ist welches oh, jetzt fall halt hier nicht runter tolles technisches Let's Play wir krebsen in Höhlen rum und graben von Handressourcen aus oh man peinlich, peinlich, peinlich ach, komm schon ja, Eisen, Eisen, Eisen wenn wir 16 Eisen brauchen, brauchen wir 8 Erze 5 haben wir schon fein ich bin da gar nicht mehr allzu viel ach, komm schon ach, da vorne war's, hoppala da grabe ich ja glatt in die falsche Richtung äh so, das müsste es dann auch schon gewesen sein oh, du kleiner Mieser klaut der mal einen Cobblestone ich glaub's ja gleich, hallo Diebstahl so, ist der nicht noch irgendwo Eisen jetzt noch gefallen nein, das war nur der Cobblestone okay, ah, wir haben neun Erze das sollte eigentlich auch nein, 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 nein oh, ernsthaft jetzt der 27.2. es war ein Creeper um 14.07 Uhr oh man die Krempel wieder aufsammeln ach ja, und die Death Points sind auch noch an von dem lieben äh, Minimap System äh, Race Minimap war auf dem Server ganz hilfreich da ich ja irgendwie nie angewohnt habe ständig wegen jeden Scheißdirektor umzufallen oh, jetzt muss ich nur oh, jetzt klingt das Handy auch noch ich hab grad überhaupt keine Zeit ans Handy zu kriegen Moment, da muss ich mal ganz kurz pausieren so, da bin ich auch schon wieder äh, wo war ich stehen geblieben ähm, bei Sachen aufsammeln wir sind ja grad gestorben oh man oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man wo liegen die denn jetzt alle ah, das ist echt kacke wenn man mal kurz ein paar Minuten telefonieren ist dann ist, äh, ja hat man schon wieder keinen Plan mehr, was eigentlich grad los ist ah, komm schon wo sind jetzt diese vermaledeinten Sachen ich will meine Items zurück los ah, gut, da ist das Point wir haben ja unseren lieben, treuen, freundenhelfer Race Minimap so, ich hoffe nur, dass wir jetzt nichts verloren haben so, ich hoffe nur, dass wir jetzt nichts verloren haben jetzt ist ja auch blöd, weil es ja mitten am Abgrund ist wo alles irgendwo runterfallen kann und ach hast du den nicht gesehen ok, die Rüstung scheint komplett zu sein eins, zwei, drei der Rucksack ist auch da, das Futter ist da die Erzwaren sind da und alles andere glaube ich haben wir ja abgelegt oben ja, ist alles wieder safe und wir brauchen definitiv einen neuen Schild auf unserer Friedhof und so, jetzt kann ich auch noch den Deskpunkt gleich wieder löschen hier, Waypoints, äh, Deskpoint oh, äh, nein, remove keep, remove, remove so, weg und wir sollten aber auch gleich mal wenn wir hier schon grad bei der Minimap sind oben auf uns, äh, vor unserem Haus mal einen kleinen Spawnpunkt, äh, Marker setzen oder zumindest einen Homepunkt Marker setzen damit wir nicht wieder, wenn wir irgendwo uns verlaufen wieder keinen Wegpunkt für zu Hause haben das ist nämlich, äh nicht so ganz, ähm äh, äh oh Farbe, 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 Farbe so tach scheint mir das nicht oft, den brauchen wir jetzt nicht aber Hauptsache wir haben ihn so, dann meine ich das mit zwei Maseratoren mal gleichzeitig damit das hier schneller vorwärts geht äh dada 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 so, den ganzen Dreck packen wir mal hier wieder rein oh mann die Dreckliste läuft über ah, da war noch Dreck oh, wie sehr das ist der Call of Storm, wo kommt denn der her? äh, gute Frage, nächste Frage na, hehehe da wäre auch noch jede Menge Redstone gewesen, oh mann Ja, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Zwei Blöcke Zinnerz, das kann ja nicht wahr sein. Drecksmenge an Zinn. Und hier muss auch definitiv bald ein Dach drauf. Oder ein Wohnen oder was auch immer. Da könnte man eigentlich schnell mal in diesem zweiten, das ist der Cobblestop benutzt, den wir da gefunden haben. Oder die zwei Stack-Cobblestop, die noch über sind. Die Erde steckt da hinten mal gleich noch in die Baumform rein, dann ist die auch mal weg. Ich suche zur Hölle, dass wir die Baumform eigentlich nicht gleich direkt in die Wohnung liefern, eigentlich hierher. Ja, was hab ich mir dabei wieder gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Oh, ja, fall doch runter. Das war jetzt keine Aufforderung. Jetzt hab ich keinen Halbblock dabei. Ohhhh. Ich hab hier auch keine Werkbank nennen. Wir haben hier nicht mal eine Werkbank. Was ist denn das hier für ein Saustall? Wir haben da bestimmt irgendwo Werkbänke rumliegen. Oder auch nicht. Bau mal schnell eine. So. Und schon wieder Hunger. Der Typ ist so verfressen. Der Typ ist so verfressen. Oh. Und der Typ ist so verfressen. Und der Typ ist so verfressen. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Wir wollten auch die Werkbank aufstellen, genau. Ah, so, einmal Werkbank da rein und dann einmal Cobblestone Slabs und dann schlafen wir die nach oben. Dann müsste er... Ja, funktioniert, funktioniert, perfekt. Ach, waren das noch Zeiten, als es keine Cobblestone-Slaps gab. Da musste man mit Treppen tricksen. Da konnte man zum Cobblestone-Treppen hinklatschen. Das hatte im Prinzip den gleichen Effekt. Sah nur von oben nicht ganz so schön aus. Ach ja. Mein Gott, ich bin alt. Und die Playlist macht mich echt fertig. Die macht mich echt fertig. Wieso zur Hölle? Da sind so viele neue Tracks drin. Oh Mann. Mit? Haben die zwei Stacks jetzt nicht gereicht? Oh, das ist aber schlecht. Dann kann ich das hier auch wieder weg. Reicht es jetzt vielleicht? Nö, einer fehlt. Ein Drecks Cobblestone fehlt. Ob ich nicht jetzt zu doof, den Cobblestone da hinzusetzen? Los, hier bin ich auf. Wo ist der denn jetzt hingefallen? Irgendwo ist nirgendwo. Super. Ganz toll. Mua. Deine Kiste. Das sind Bricks. Jeder mit den Bricks, aber die braucht es eigentlich gerade gar nicht. Ich suche ja eigentlich... Cobblestone, was macht das Holz hier drin? Hä? Die Säge, komm auch wieder anschalten. So, zwei Stacks Holz, komm auch wieder durchlassen. Drei Stacks Holz draus. So. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich holen? Nochmal komm es zu uns, weil das Dach nicht gereicht hat. Ah, mom, 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 mom. Zumindest das Pseudodach. Äh, Dach. Diese Decke, mehr oder weniger. Mal gucken, ob der eigentlich da drauf schaltet. Würde mich mal interessieren. Einem Block passiv ausreicht. Nö, scheint gar nicht mehr so zu sein. Gut, 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 gut. Das heißt, wir können den Block hier lassen und setzen auch gleich mal Fackeln dran. Oh, was ist da hinten? Ach, scheiße, auf diese eine Platte. Die braucht jetzt kein Mensch. So, hier setzt die neue Fackel hin. Und dann sieht die ganze Sache da schon deutlich schöner aus. Wobei, von außen sieht es ein bisschen näher aus, würde ich mal sagen. Da muss noch was geschehen, aber... Mal schauen, was ich mir da einfallen lasse. So, da kann ich die Komponenten wieder wegpacken. Das kommt auf die zwei, das auf die drei. Ähm, 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 das Erd müsste auch schon fertig sein. Ja, schön, schön, schön. Du bist so ein vollen Nappel. Da! Ähm, für Steuern war das System noch nicht angepasst. Ah! Verdammt! 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 Ja, auf der Serverwelt habe ich ein bisschen intelligentere Systeme aufgebaut. Das war... deutlich schlauer. Dumpen. Dumpen.